Musik Das Philippen-Landsturm-Gymnasium in Gerstungen ist eine moderne Schule in ländlichem Gebiet an der Landesgrenze zwischen den beiden Bundesländern Thüringen und Hessen. Seit 1991 unterrichten engagierte Lehrerinnen und Lehrer aus mehr als 50 Orten der beiden Bundesländer. Seit 2001 trägt unsere Schule den Namen des Humanisten Philippen-Landsturm und seit 2009 den Namenszusatz Schule der Deutschen Einheit. Mit diesem Namen verbindet sich für uns eine Würdigung unserer bisherigen Arbeit. Aber auch die Verpflichtung, eine auf einem soliden Grundwissen aufbauende humanistische Bildung zu vermitteln. Musik Heute stehen wir gemeinsam natürlich mit 45 Kolleginnen und Kollegen, mehreren Referendarinnen und Referendaren und natürlich unseren 500 Schülerinnen und Schülern. In einem, so denke ich, sehr schicken Gebäude mit 30 modernen Unterrichtsräumen, darunter Fachkabinetten für die Naturwissenschaften, dem Informatikkabinett, auch Kabinette für die Kunsterziehung und die Musik. Natürlich auch mit unserem großen Atrium, einer Mensa, einer Cafeteria und einer modernen Zweifelderhalle mit angegliedeter Außensportanlage und natürlich einem Beachvolleyballplatz für den Sportunterricht. Musik Also die Turnhalle hier ist sehr schön und wir spielen auch sehr viele Spiele und das macht vor allem Spaß. Das Schokolade ist an dieser Schule ganz toll, denn hier kann man sich was kaufen, wenn man mal sein Trinken oder sein Essen vergessen hat. Toll finde ich auch, dass es viele neue Fächer gibt, zum Beispiel Geschichte, Geografie und MNT. Ich finde es cool, dass es hier in der Schule so viel Technik gibt und in jedem Raum gibt es einen Fernseher, den die Lehrer mit ihren iPads bedienen können. Mir gefällt es besonders gut, dass es Schließfächer gibt, denn dann hat man keinen Sperrenrand mehr und bei unserer höheren Schule, da gab es das nicht. Musik Im Zentrum unserer Arbeit stehen natürlich unsere Schülerinnen und Schüler. Jeder Einzelne soll eine Bildung entsprechend ihrer und seiner Neigung auf hohem Niveau erhalten. Und so nehmen wir auch unseren Leitsatz, sich wohlfühlen und etwas leisten, sehr ernst und beweisen ihn mit einer auf Breite und Vielfalt angelegten Bildungsangebot. Wir bieten eine extra naturwissenschaftliche Ausbildung im Wahlpflichtbereich Naturwissenschaft oder auch Informatik an. Gleichermaßen legen wir auch viel Wert auf die sprachliche Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler. Die Schülerschaft kann neben Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch auch die Kultursprache Latein in der Sekundarstufe 1, aber auch in der Sekundarstufe 2 wählen. Die musisch-künstlerische Ausbildung unserer Schülerschaft nimmt auch einen großen Stellenwert ein. Die Möglichkeit einer Instrumentalausbildung ab Klasse 5 und die Integration dieser Schülerinnen und Schüler in mehreren Orchestern ist zu einer festen Größe an unserem PMG geworden. Selbst nach dem Pflichtunterricht bieten wir vielfältige Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung an. Die Schülerinnen und Schüler sind aktiv in den unterschiedlichsten Arbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel sportlich in Badminton aktiv, sprachlich in Altgriechisch, künstlerisch in der Comicwerkstatt, im Orchester, im Chor oder auch im Theater aktiv, naturwissenschaftlich in der Roboter AG. Man kann eigentlich gar nicht alles aufzählen. Voller Stolz können wir sagen, dass bereits mehr als 1600 Abiturientinnen und Abiturienten nach achtjähriger Schulausbildung die Schule mit erfolgreicher Hochschulreife verlassen haben und sehr gut auf ihr weiteres Leben vorbereitet worden sind. Unsere Schule trägt auch das Siegel berufsfeilfreundliche Schule. Das basiert nicht zuletzt auf einer strukturierten Studien- und Berufsorientierung während der Schulausbildung. Die Schülerschaft kann sich auf in der Schule stattfindenden Berufe messen, während Exkursionen zu Universitäten, in den monatlichen Sprechstunden der Arbeitsagentur, aber auch mit unseren Kooperationspartnern oder in mehreren Praktika über die berufliche Zukunft informieren lassen. Überzeugen Sie sich selbst von unserem vielfältigen Angebot. Ob in Erinnerung schwelgend als Absolventin oder Absolvent. Oder ehemalige oder ehemalige Angestellter der Einrichtung. Ob als Familie, die eine Schule für den weiteren Bildungsweg ihres Kindes sucht. Oder als Neugierige und Interessierte an den Bildungsmöglichkeiten im Werra-Tal in Gerstungen im Wartburg-Kreis.